Also ich hab den Ort schon mitbekommen, aber ich hab mich bloß vergessen. Naja, geh mal zur Wahl. Auf Twitter! Auf Twitter! Oh nicht, das war die Leise. Ich kann mich an die Sneaker jetzt anschleichen, aber... Nicht geschafft, nicht geschafft. Das ist die Kiste. Boah, die Tasche ist schon wieder voll. Er wird mich jetzt hassen wahrscheinlich. Zabal, waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Nein, ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. Neun meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben liest. Er hat mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Dann mischen wir die Finkration und die Animation nicht zusammen. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig. Sie ist subversiv. Und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte. Und seine Vision respektierte. Ja, aber so ein Spiel darf die kleine Fee haben. Du musst begreifen, was ihn antriegt. Was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Wirklich. Onkel Pagan hier, wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsmessen geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bitte die Dopp? Bist du in Anitas Rom die Töpfchen gefallen oder haben dich zervalzweinende Locken in was gezogen? Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist eher nicht kostenfreundvoll, wo um die einige aus meiner Weissel in Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Okay, also jetzt würde ich erstmal sagen, schreiben wir mal hier den Turm wieder. Es scheinen schon mal keine Gegner da zu sein. Das klingt mich sogar. Meine Jungen. Okay, jetzt schauen wir mal wieder hier hochkommen. Da ist jetzt eine Leiter, die ich natürlich wieder nicht gesehen habe. Geld klauen, ganz wichtig. Das können wir immer gut. Ich habe keine Zeit für einen Kurier, man. Ja, ja. Ach, sieh. Wer soche ribändische Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, dass die Royal Army, die an der Torderung von umküratlichen Terroristen und kriminellen zu verteidigen. Jetzt will Gefragern gehen, schlicht sie alle erneuten. Alle dieses Ding. Okay, vorsichtig, vorsichtig, jawoll. Dieser Parker nennt noch einen Tipp, dann interessiert mich nicht, der Kurier auch nicht. Ja, ich musste nicht, du musst du nicht töten. Du kannst. Die Option steht natürlich jedem Spieler frei zu. Den Vogel war meine Entscheidung, um zu töten. Das Spiel hat es mir nicht gegeben. Ich hatte die Entscheidung. Ich alleine habe die Entscheidung getroffen, diesen Vogel zu töten zu machen. Und jetzt, du, halt die Schnauze. Okay, die, die erste ist mir vor. Ich zeige mich. Und dann, du, halt die Schnauze. Und da ist mir etwas отсchaut. Ich sitze die Frage zwei. Ich bin ein Minh Tänktion. Jemand difícil raus. Wo ist mein Helikopter? Endlich erreichen wir Verbündete in der Gegend. Softere. ja mach platz man verbrennen siehst du siehst du gehen nicht so nah an feuer blow nicht so nah wo muss ich lang hier Wasser im Kloster Dieses Kloster wurde um das Jahr 50.000 v. Chr. von Kyuras Anhängern in den Felsen angehauen. Hier wurden die Lehren des Kyuras erstmals niedergeschrieben und aufgezeichnet. Jal Jamar wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung Sorgfelde gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute eine aktive, genutztes Kloster- und Tempelanlage. Ich sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Jo, darum bin ich hier. Folgt er jetzt Mio oder was muss ich tun? Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erweckt, seine Grenzen zu überschreiten. Kerzen. Okay, Kerze. Got it. Hi, kenn ich nicht, aber hi. Und wir können die Leute mehr. Und wir können die Leute nicht besser als ich die. Das ist echt verwunderlich. Schön, dich zu sehen, AJ. Ähm, schön, dich zu sehen. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Okay, jetzt habe ich die Aufgaben abgeschlossen. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte, wie zeigt das Kloster? Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's rund hier. Ich brauche kein C4. Ich habe ein schönes Gewehr. Bereite dich darauf vor, das Kloster zu verteidigen? Ich bin bereit. Okay. Was? Waffen auf die Kisten? Welche Kisten? Das ist C4. Du hast aber ein großes Gewehr. Ich hoffe, dieses großes Gewehr, was du in Anführungsstrichen geschrieben hast, ist hoffentlich groß genug, um dies alle standzuhalten. Ich habe nur 10 Schuss damit. Ich verteidige das Kloster. Welche heiligen Statuen? Die heiligen Statuen. Die heiligen Statuen. Sie zerstören die Ikonen. Was zum? Was zum? Sie wollen die Türen aufsprengen. Okay, wie ist denn Hänger sind die an mir vorbeigekommen? Wo ist die fucking Waffenkammer? Wo ist die fucking Waffenkammer? Ich habe keine Waffen Ich habe keine Waffen, die ich nicht schraubt. Ich habe keine Waffen, die ich nicht schraubt. Die Soldaten greifen das Waffen-Würsteggerät. Hilf mir! Ja doch. ich brauche munition natürlich habe ich gar nichts mehr nichts warte warte und du gibst mit seine fucking ak jetzt geht es los warum schützt eigentlich niemand von euch die waffenkammer jungs wer nie der profi wenn du das sagst da hier die schlitze ich jetzt von hinten auf man also ich habe noch kein mystery gift von rührt bekommen obwohl ich weder geflamed aber sonst macht habe du bist deines vaters sohn danke ja ja mach ich doch gern für euch tue ich doch alles mann eigentlich werde ich nur die asche meines vaters verstreuen aber beende kammer ereignisse oder drehe maniemühlen um kammer zu erhalten erhöhe deine kammerlevel um schützen hilfe upgrade zu erhalten das kloster ist gesichert vielleicht erkennst du abal nun die bedeutung guter aufklärung hättest du nicht diese karte besorgt hätten wir rechtzeitig eingreifen können gute arbeit mein helikopter war da unten die natürlich voll ins wasser gesetzt habe was stimmt mit euch nicht mann was stimmt mit euch nicht mann die 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 Ich krieg ja keine Reaktion mehr. Hallo, da flecken wir auch. HUTTA! Festungen Festungen sind schwer bewaffnete Außenposten mit mehreren Truppen und mehreren Verteidigungsanlagen. Lade einen Freund ein, eine Festung nur mit dir im Koop gemeinsam zu bezwingen. Oder setzte Schützenhilfe... Was ist jetzt los? Hallo? Was ist denn NU passiert? Mein Stream ist abgekackt!